Herzlich Willkommen zum Slupcast. Was muss ich zitieren? Vielleicht kennt ihr Emma schon. Sie muss eine Hausarbeit im Fach Psychologie schreiben und tauscht sich dazu mit ihrem Freund Max über das Zitieren aus. Also Emma, wenn ich ehrlich bin, finde ich das mit dem Zitieren ja trotzdem alles etwas übertrieben. Für mich ist das irgendwie nur wie die Glasur auf einem Kuchen. Die kommt ganz zum Schluss und sorgt dafür, dass man einen guten Eindruck macht. Nein Max, das Zitieren musst du dir eher wie den Kuchenteig vorstellen. Wenn man von Beginn an sauber arbeitet, wird der ganze Arbeitsprozess viel einfacher und man erspart sich aufwendige Nacharbeiten am Ende. Das habe ich schon schmerzlich gelernt. Glaub's mir. Es ist echt kein Spaß, wenn man zum Schluss nicht mehr weiß, welche Ideen aus welcher Quelle stammen. Als Zitat kennzeichnest du Dinge, die du dir aus Büchern, Zeitschriften oder anderen Quellen angelesen hast. Nicht nachweisen musst du, was in deinem Fach als Allgemeinwissen gilt. Zum Beispiel Annahmen, die in der Fachwelt unstrittig sind, also in Grundlagenwerken oder in allgemeinen Nachschlagewerken stehen. Und kennst du den Unterschied zwischen Quellen und Sekundärliteratur? Na, Quellen sind Primärtexte. Zum Beispiel veröffentlichte Einstein 1916 die Allgemeine Relativitätstheorie in den Annalen der Physik. Diese Quelle ist wohl der früheste schriftliche Überblick über seine vorherigen bahnbrechenden Erkenntnisse. Und unter Sekundärliteratur versteht man Texte, die sich mit dem Primärtext befassen oder auseinandersetzen. Das ist also die Fachliteratur, die sich auf die Quelle bezieht. Und was ist, wenn die Originalquelle unzugänglich oder schwer beschaffbar ist? Wenn du wirklich nicht an das Original herankommst, darfst du ausnahmsweise auf eine sogenannte Sekundärquelle zurückgreifen, die selbst die Originalquelle zitiert. Achte aber darauf, dass der Autor ein wörtliches Zitat der Originalquelle verwendet hat und macht die Sekundärzitate auf jeden Fall kenntlich. Ansonsten kannst du dir nie sicher sein, ob du die ursprüngliche Aussage richtig wiedergibst oder ob Dinge falsch verstanden werden. Ach so ist das also! Übrigens bin ich gerade auf eine französische Quelle gestoßen, die ich unbedingt verwenden will. Nun frage ich mich, wie ich sie am besten in meiner Arbeit angebe. Sprichst du denn Französisch? Nein, ich kann leider nur schlecht Französisch, aber ich habe zum Glück eine deutsche Übersetzung gefunden. Notfalls kann man auch aus einer Übersetzung zitieren, aber normalerweise verwendet man das Original. Wenn du den Text als indirektes Zitat wiedergeben willst, dann in der Sprache, in der du deine Arbeit schreibst. Immer mit Quellenangabe. Und es ist üblich, die Übersetzung in einer Fußnote oder im Anhang zu ergänzen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schaut euch dazu auch die Handreichung zum wissenschaftlichen Arbeiten an, die die SLUB herausgegeben hat. Ihr könnt sie über den Dokumentenserver KUKOSA aufrufen. Weitere Filme zum Zitieren findet ihr auf dem YouTube-Kanal der SLUB. Wir freuen uns auf eure Kommentare!